und damit ein herzliches willkommen zurück zu rocket league ja wir machen jetzt erst mal ein bisschen aufwärmung in der letzten folge gestern haben wir richtig gerockt leute haben wir ja richtig gerockt ich muss jetzt mal so sagen es ist knallhart aber wir haben wir heute werter sehen wir rocken noch mehr wir rocken noch mehr wir machen aber als erste zusammen eine aufwärmfolge eine runde zusammen und dann geht es weiter bis zum fünften glaube ich hat mir der werte herr dennis verraten glaube ich die season noch aber bedanke ich mich auch für die information tschuldigung jawohl haben wir neu gekriegt aber wir haben jetzt ja sehr schön schade jawohl schön 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 leute es geht los ja schön alle dran vorbei so geht es uns auch immer schön dass es anderen leuten auch so geht dass wir nicht die einzigen sind diese pfeife aber naja wir müssen ja auch ein bisschen teilen leute wir müssen ja auch ein bisschen teilen so funktioniert das ganze ja auch nur okay aber das sieht doch ganz gut aus heute das sieht doch ganz gut aus und wir haben schon gewonnen aber es war für uns keine aufwärmung definitiv nicht wir machen natürlich schon mal bereit es sei denn die anderen nehmen jetzt auch alle raus dann gehen wir auch kurz raus wir gehen machen wir machen wir machen wir machen wir okay nach der breite junge mann sein macht er nicht okay wir machen aber trotzdem noch eine aufwärmung bitte das war ja jetzt nur ein kleines ja also er war jetzt nichts spannendes kurzes jahr aber schon täuschen wir haben schon ein tor geschossen es läuft ja okay okay 321 wow rocket league yeah okay manfield und dabei oha da sind wir ja ein tolles wort ich hab gleich boost gedrückt und oh man ja oh mein gott danke ganz meiner ja ja schade schade auch mit ein bisschen boost zirkeule ja sehr schön oh aber die anderen ein bisschen auf wir halten perfekt leute oh nein ja sehr sehr schön perfekt leute das war doch mal geil okay hat er den boost nicht gekriegt hat er den boost nicht gekriegt ha 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 ja komm schon sehr 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 schön leute es läuft bei uns es läuft ich finde es geil er steht rechts links okay wir wir schnappen uns immer noch den boost schwecks final oh okay hoppigaloppi los test oh okay wir haben jetzt noch ein bisschen abgehalten dass er nicht noch mehr boost gibt genau sehr sehr schön ja heute ist anscheinend unser tag rocket league tag leute hoffe ich doch bis jetzt sieht es ganz gut aus aber das hat ja noch nix hat er noch leider nichts zu heißen hat er noch leider nichts zu heißen oh 2 kmh schneller weg ja hoch moment alles gut es ist alles im lot oh shit ok er könnte als vorlage durchgehen er könnte als vorlage durchgehen er könnte er könnte er könnte er ist dran vorbei nein jawoll wuuh leute war das geil sehr schön wir sind im rocket league heute wir sind rocket league wir bleiben jetzt noch mal ein bisschen hinten hier ach warum kam er denn jetzt auch noch angefahren nein warum er auch noch nein da hat er uns voll weg gerannt sonst hätten wir das gekriegt sonst hätten wir es hinbekommen oh shit oh shit okay nicht so schlimm leute nicht so schlimm oh okay konnte man gerade noch ein bisschen hochheben sind nicht alle ran gekommen wo 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 kinder ja ist tatsächlich ein bisschen schwierig leute was was okay jetzt würde ich sagen wir schreiben gg hier kurz gg gg nein wir speichern den kram nicht und wir sind im back was soll ich sagen wir sind im back leute wir sind schon wieder im back ich kann nichts machen und kann nicht vier drücken kann ich ja drei drücken kann nichts tun hier kann leider nicht auf bereit rücken stecke gerade im back ja ich dachte ich sag mal den kollegen da draußen bescheid ok wir müssen jetzt tatsächlich 20 sekunden warten bevor wir aus dem raum gehen ich kann doch nicht mal optionstaste drücken kann nix kann nix kann gar nix schreiben kann treiben funktioniert leute schreiben funktioniert 4 3 2 1 ok jetzt können wir endlich aus dem raum raus ok ich würde sagen wir ihn direkt raus hier aus dem raum wir verlassen hier drücken ok sind schon raus ok jetzt jetzt kommt der spannende teil auf den ihr euch wahrscheinlich schon den ganzen tag freut und zwar wir gehen jetzt zum back aber ich heute wieder auf dem balkon stehe meine nachbarn sich fragen ey otto spielt schon wieder rocket league wa sonst kommt ihr noch nie auf dem balkon ey ok liebe leute von heute ach so warte mal ich habe ja noch ein tipp gekriegt von dem dennis aber das habe ich mir jetzt alles nicht gemerkt also asien raus ne ja den müssen wir raus machen europa lassen wir drinnen usa lassen wir drinnen und den mittleren osten nehmen wir mal raus sowieso wenn das richtig ist falls ihr noch irgendwelche anmerkungen habt wegen um den ping letztens einfach mal unten in die kommentare hauen falls ich jetzt irgendwie was falsch endlich gestellt habe leute das würde mich mal interessieren ich habe mir ein bisschen mich nicht alles gemerkt es tut mir so leid ok neo tokyo ey crazy crazy siri meldet sich bei crazy ok hey crazy jetzt nicht ok Achtung Achtung leute leute warum das kann nicht sein ey das kann nicht funktionieren es geht schon gut los aber ok wir haben ja das angefangen es ist noch wow der ist gut der ist verdammt gut meine fresse was ist ok wir sind anscheinend nur gut im normalen gefecht ok aber shit drauf leute es ist alles offen aber die sind gut also ähnlich auf jeden fall ich habe mir seinen namen noch nicht eingeprägt aber oder oder wie auch immer die fliegen hier was zusammen ihr kriegt die tür nicht zu ok also sehr gut souverän gelöst wir haben uns muss man schnell fix sind leider macht ihr aber arft arft der ist gut der typ ich würde der auch machen hinten warten aber das ist mir echt zu risikoreich ne ja der kommt zu hoch alter dieser arft der mag ich nicht los jetzt ah shit wir haben den ball nicht richtig gekriegt ok ok wahnsinn gibt es doch nicht ok 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 da sind herausgegangen da drüben hat aber noch nichts zu heißen nein dran vorbei ok so war das ganze nicht im plan what the fuck wow 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 was war jetzt ein bisschen anstrengend hier vier tore in der minute könnte könnte schwer werden könnte schwer werden dieser arft möchte mit denen nicht spielen jawohl war endlich unser erstes tor sehr schön ohne wenigstens verlieren wir nicht zu null leute wenigstens verlieren wir nicht zu null los eure herzen hier 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 was macht ihr denn was war das denn es gibt es nicht ey kriegt die tür nicht mehr zu was haben wir denn hier schon wieder für team kollegen alter boah was für ein typ mir grad schon wieder leute ihr müsst auch ein stück mitfahren älter das war eine torchance ist gerade alter nee wirklich ey was macht ihr denn alter kannst du vergessen mit so mein blutdruck mein blutdruck ahhh sorry alter aber entschuldigung verraftet nicht ja es jedem los tja kannst du vergessen alter ey man hat es echt man hat es echt schaffen können man hat es tatsächlich schaffen können ach 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 Danke. Hallo. Wie kann so etwas möglich sein? Wie kann bitte so was möglich sein? Warum kriegt man denn bitte solche Teamkameraden ab? Ist ja nicht so, dass wir jetzt kacke waren, dass wir kacke hier spielen haben. Sonst spielen wir ja immer kacke. Also nicht immer, aber immer öfter. Okay, Leute. Die Folge wird ein bisschen kürzer. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Like da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche. Alles klar. Bis dahin. Ciao mit V.